hallo und herzlich willkommen zu let's play flugsimulator 1900 was natürlich ist das und wie schon letztes mal gesagt ich mag fliegen nicht so wie soll ich hier wie soll ich das das flugzeug hier und melden den rebellen wo es ist ach so von der anderen seite von der anderen seite wäre es wirklich einfacher geworden egal wir haben die kohle bekommen jetzt geht's weiter und zwar jetzt sind wir hier aber wir können das da jetzt noch mal machen aber das ja belohnung wir können das dann machen und dann geht es weiter mit der hauptgeist jetzt bin ich verwirrt wollen wir denn jetzt hin was ist das was ist das was ist das grüne ach so das ist das das nicht markiert wirklich und bitte auf und letzter Wir müssen es bis zur nächsten Artikel schaffen. Schnell. Ja. Machen wir zu Fuß. Los. Gut, aber also an sich mit einem Helikopter muss man sich wirklich nicht beeilen, glaube ich. Oh. Weil man muss das ja mit einem Fahrzeug auch schaffen. Deswegen, glaube ich, muss das gewöhnen. Hoffe ich. Wir sehen ein bisschen nervös. Wir haben vielleicht noch die Hälfte der Zeit. Vorwärts. Nein, in Deckung. Greife Tangos an. Sie hat es nicht gemacht. Alter. Der, der Ding war doch schon unten. Mann. Die Rebellen sind schwerer zu bekämpfen, wenn das Kartell ihre Position nicht mehr kennt. Hoffentlich kommen noch mehr Rebellen zur Party. Da ist eine Kartell-Auszeichnung. So, okay. Jetzt, äh, wollen wir mal schauen, ob wir, okay, 19k haben wir da. Und das ist schon, ähm, ja, beim freien, beim freien Schießen. Ähm, okay, Tarnung, Reichweite, würde ich jetzt, ja, komm, Reichweite brauchen wir ja eigentlich immer. Krachmacher, Cooldown, Sprengladung, MP, Panzerung, Werbebildkamera. Ähm, Tempo, äh, brauchen wir eigentlich nicht. Fallen für, äh, falsche Fernglas zu. Können wir eigentlich machen, weil, äh, bei dem haben wir ja gerade genug. Äh, Mine. Das weiß ich eben nicht, wie man das macht, ehrlich gesagt. Okay, Ablenkungsköder machen wir mal, weil das könnte sehr, sehr praktisch sein. Splittergranate, Plantgranate, Signalpistole, ja, anzulocken oder abzulocken, ja, Ausdauer, Autoschild, lautloser Lauf, Entdeckung, Explosion, Flugzeugschild. Truppen, Rebellen, Truppenwiderstand, wie bei einem Wiederbelebungstempo, geborene Anführer, KI-Kameraden töten, effizienter, das ist sehr schön, das können wir uns zweimal leisten, Ausdauer. Sie rennen länger, ja, können wir eigentlich auch machen, lautlos, machen wir auf jeden Fall. Autoschild, Explosionswiderstand, Entdeckung, das wäre natürlich auch cool. 10k von den Kreuzen brauchen wir. Munitionskapazität, nehmen wir auch mal mit. Munitionsaufbewahrung. Zieldauer. Achso, achso, okay. Zieldauer. Okay, das will ich haben. Das will ich haben. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Öl. Blendgranaten. Ja, naja. Mine weiß ich halt nicht, wann wir das, also wie wir das machen, ne. Das habe ich ja schon gesucht und habe es nie gefunden. Gut, also, Jungs, das war schon mal nicht so gut. Das können wir besser. Und jetzt fahren wir mal Richtung Hauptquest. Da ist nochmal sowas, das brauchen wir nicht. Und ja, wir fliegen jetzt einfach durch. Wir fliegen jetzt einfach durch. Gut. Ist ja gleich da. So. Das ist euer Helikopter, verdammt. Schnauze. Wann nervt das. Gut, aber da ist noch ein größerer Helikopter. Da wäre nicht ganz so schlimm. Sind da gar keine Feinde? Echt nicht? Das ist ein bisschen seltsam. Okay. Wenn hier keine Feinde sind. Ich bin hier. Die gehen ja wahrscheinlich so zu ihren Freunden und sagen, ich habe einen Ghost gesehen. Lustig. Die Funkstation des Kartells in Montayoc ist. Das ist vermutlich unser Durchbruch. Wir gehen rein, hacken die Aufzeichnungen und schicken die Infos an Boman. Mit etwas Glück findet sie dann die Identität unseres Ausbilders. das ist doch mal eine idee wir nehmen mal die großen dann kriegen wir mal hier hoch wenn wir schon mal hier in der nähe sind so ich bin mal gespannt wer unser Kumpel ist Ablenkungs-Köder ja warum da laufen wir auf jeden Fall schon mal zwei äh da genau da könnte ich jetzt eigentlich ja wobei das sind wahrscheinlich äh unschuldige paar Passagier Passagiere so ok ja durchsuchen sie den Kommunikationssatz das mache ich hier drüben ist der Narko drüben an der Kälte ist ein Generator sollen wir mal den Strom abstellen Tango auf dem Dach Tango auf dem Dach kannst du auch was dann auch sagen Tango auf dem Dach Tango hey ich seh dich doch hallo hey du ich seh dich danke da ist nicht seh da ist nicht seh ja dann da sind noch zwei cool die habe ich nicht gesehen aber die markiert sind naja ok dann da drin sind noch paar feind gesichtet aber nur einer ok da ist noch einer uh das wird lustig ich glaube da drin ist noch einer hier muss doch irgendwo noch einer sein naja den erwischen wir dann schon gut also interessante äh interessantes äh feld so 1 2 3 4 5 6 7 8 wir nähern uns dem Ziel wir müssen rein und die Nachrichten nach Infos durchsuchen Bewegung 15 ok ich seh einen Haufen Sicarius im Hauptquartier ja gut ich nicht ich hab's ja auch noch nicht äh durchsucht so ich glaube die beiden können wir relativ leise gleichzeitig machen ich bin zu fett wieso komm ich da hin nicht rein komm komm ja komm ja fein ach so oh ich dachte der wäre hier gleich aber jetzt kommt ein Heli hm wie da ist keiner drin Da kann ich jetzt hochklettern. Ah, da ist also ein Raketenwerfer. Da ist ein Luftabwehrsystem. Warte, dann hole ich mir erstmal die da. Da sind aber noch mehr. Ich sehe sie nicht. Da ist glaube ich noch irgendwo eine. Ja. 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 Allgemeine. Ja. ja doch und ich mache ich jetzt kaputt in dem ich dich ganz unauffällig springen hatte fliegt hast du die explosion gehört hat sie aufgeschleucht ich hab nichts gehört Naja das war abzusehen jetzt sind sie wieder normal ich meine hier explodiert ja jede Sekunde was so ungefähr Leider kann ich das nicht auf Sniper Basis machen weil die sind hier auf dem Berg warte ich gehe jetzt mal oh hier oben ist ja einer hm das ist unangenehm warte da ist ja jemand sollte ich den erschießen und den kein Ziel wiederhole kein Ziel Tango am Boden ok gut das war sehr schön oh je ich hoffe man hört das nicht also draußen vor der Tür sind jetzt welche die sägen einen ungestürzenden Baum ab da hätte ich schneller reagieren sollen hätte ich schneller reagieren sollen da da ist ein vier da ist ein vier da ist ein vier drin aber der da ist gerade aber der da ist gerade hm oh war lucky dass ich das noch gesehen habe also dass ich gerade auf die Minimap geschaut habe alter alter ist gerade sehr sehr unpraktisch weil die die gehen alle hier hoch hier runter andere rum und dann da raus und wieder rein aber ja wenn ich hier drin die erschieße runter sonst wirst du entdeckt die 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 glaub ich schon weg gespawnt shit die haben eine Leiche die 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 Feuer frei Ja, das war nicht so gut Ja, das war nicht so gut Ja, hätten wir von Anfang an und so machen sollen Hätten wir von Anfang an so machen sollen Gut Dann wollen wir hier mal nachladen Ich liebe die Pistole Auch wenn, ja Die haben es gerade gehört, aber War auch realistisch War auch realistisch So Hier ist dein Laptop Er scheint am Netzwerk zu hängen Mal sehen, was wir da rausbekommen Der scheint gar nicht an irgendwas zu hängen Download läuft Ich jage alles direkt zu Bowman Dranbleiben Bowman, hier Nomad Ich schicke Ihnen Nachrichtenlogs Einer Kartellfunkstation in Montioc Mit etwas Glück findet sich darin der Name des Kartellausbilders Ich bekomme sie gerade Warten Sie Nichts Hier sind keine Hinweise auf unseren Mann Aber etwas anderes ist interessant Die haben Suchtrupps losgeschickt Um einen Deserteur zu finden Einer der Rekruten ist vor ein paar Tagen ausgebüxt Sie glauben, er ist noch in der Gegend Wie soll das helfen? Wenn er Zeit im Ausbildungsprogramm verbracht hat Besteht die Chance, dass er unserem Mann begegnet ist Und der Deserteur kann uns einen Namen sagen? Finden Sie es heraus Das liegt doch auf der Hand, oder? Also, Deserteur ist auf jeden Fall Schon mal eine Eine Ansage, ne? So, dann, ups Dann geht's nach da Ja, Funkausrüstung ist nicht so interessant Neuer Einsatz, der Deserteur Da unten, okay, alles klar Für Geheiminformationen Nee Das mit den Leutnants Ja Ist nicht immer so Also Mag ich nicht immer so gut Gerne Gut und nicht gerne Irgendwie so Gut Dann wollen wir mal Aber wir haben gerade 20 Leute umgebracht Ja Läuft So, wir nehmen wieder diesen Militärhelikopter Diesen Schlawiner Wir haben alles nachgeladen Und los geht's Gut, aber ich sehe gerade auf der Uhr, dass wir schon wieder 25 Minuten aufnehmen Das geht immer so ratzfatz, finde ich Ich bin der Äh, ich bin der Belode Äh, ich bin der Belode Äh, mein, was ganz wird nur jetzt So, da unten gibt's noch Story-Einsatz Hat ein, äh, Paket an dieser Position Ich mach mal das da und danach Das da Finden Sie ihn für uns Er weiß sicher eine Menge über das Ausbildungsprogramm Ich will auch das Paket, äh, haben, weil ich weiß nicht, ob er das wirklich zur Hauptquest, äh, passt oder nicht Also, beziehungsweise, also, ob's da zugehört oder nicht Deswegen will ich das haben Gut, dann, wie, äh, wie schon eigentlich immer Äh, sag ich, wir spielen so, zu lange und dann kommt irgendwas und dann vergesst es wieder Gut, ähm, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen Und Macht's gut, bye bye Outro